Halli, Hallöchen, willkommen zurück in der Todeszone. Reden Sie jetzt von den Kreaturen im Unterpass? Tunnelgräber. Er hat Tiere, die sich hier ihre eigenen unterirdischen Straßen graben. Die Kluft hat ihren Himmel zerstört und ihnen die Welt darüber gezeigt. Und den Geruch neuer Beute sind ein langsamerer Tod für die Mojave als Bomben und Feuer. Aber sie holen sich die Bewohner so, wie sie es am wenigsten erwarten. Von unten. Ja, toll. Der Tod wird von unten kommen. In der Kluft muss man Himmel und Erde beobachten. Oh, nee. Die Mojave wird eine einfache Beute für sie sein. Sie werden mit der Zeit überall in der Mojave auftauchen. Könnte Jahre dauern. Wahrscheinlich kürzer. Sie vermehren sich schnell. Jagen in Gruppen. Mehr als genug. Hör doch auf damit. Die Stärksten in der Mojave zu töten. Nee, warum denn? Wenn sie einmal Blut gewittert haben. Aha. Sie zerreißen Todeskrallen in Stücke. Was? Die Todeskralle erwischt vielleicht ein paar. Aber die restlichen umzingeln und zerreißen sie wie Bluthunde aus Denver. Ich habe nicht nur die Mojave und die Kluft durchquert. War auch im Osten, bevor der Bulle kam. Dann ähnlich der Mojave vor den Bären. Stämme, Städte, Kampf ums Überleben. Der Bulle war besser. Sie tragen falsche Versionen der Maske des Legaten Lanius, die Caesar für ihn angefertigt hat. Auch wenn es zunächst eine Beleidigung war. Sie wurde aus Metall aus der Kluft gefertigt. Nicht mit Vorsicht und Stärke, sondern mit Hass. Das hält sie am Boden. Roh, effektiv, wie ihre Klingen, entfernte Spiegel ihres Legaten. Ein Symbol, an das sie glauben können, während die Kluft an ihnen zerrt. Ah, juhu. Der zweiköpfige Bär, Erenka, hat keine Symbole, so wie die Legion sie hat. Die Mitglieder verehren ihre Minen und ihren Sprengstoff. Ihre Gewehre. Das ist ihre Religion. Tod aus der Ferne. Darauf sind sie stolz. Am Ende der High Road liegt Ashton, sein Silo. Diese Maschine bei dir. Sie kann es öffnen, aufwecken. Wie das in Hope will. Hass? Nein. Metall. Stahl. Gold kann man nicht hassen. Auch nicht Platin. Deine Maschine. Sie ist nur ein Werkzeug aus Wrackteilen der Kluft. Aus allem, was hierher gebracht wurde. Du kennst das Warum. Falls nicht, ich kenne es. Und das reicht. Zeigt, dass Vertrauen nicht zu weit Richtung Westen wandert. Du hast was Besseres verdient, weil du so weit gekommen bist. Wir gehen denselben Weg. Tragen dieselben Farben. Ich will die Straße nicht rot färben. Wenn du mehr wissen willst, geh zur Kluft. Je näher du deinem Zuhause kommst, desto mehr Antworten erhältst du. Und diese Maschine. Viele in der Mojave glauben, dass die Kluft nur aus einer Schlucht und Stürmen besteht. Das war nicht immer so. Es gab mal Leben. Eine Stadt. Weiter westlich. Ich meine keine alte Weltstadt wie Hopeville. Viel neuer. Du hast sie schon gesehen. Sie trug auch den Namen Die Kluft. Sie war eine Straße aus dem Westen in die Mojave. Eine Versorgungslinie. Nicht nur Risse in der Erde. Für diese Straße war ein Kurier nötig. Du. Damals hast du die Straße mit dem Blick nach Osten gesehen. Die Kluft liegt in der anderen Richtung. Und wenn du sie erreichst und deine Augen versuchen, alles zu verstehen. Zuhause ist nicht mehr das, was es mal war. Alle Straßen führen wieder nach Hause. Vielleicht nicht zu deinem Geburtsort. Aber nach Hause. In deinem Zuhause wirst du nicht in die Welt geboren. Hast du mir beigebracht. Wie? War ein Teil deiner Nachricht. Ob du das so gemeint hast oder nicht. Kann ein Ort in deinem Geist sein. Ein Moment, in dem du weißt, wer du bist. Die Geschichte. Und es können Orte sein, denen du Leben einhauchst. Oh, wacke. Hast das Land vor der Kluft jahrelang am Leben gehalten. Das kann nicht nur ein Job gewesen sein. Oh, wacke. Es hat dir mehr bedeutet. Man hat nicht so viele Gefühle für einen Ort, wenn man dort nicht zu Hause ist. Oh. Das bedeutet alles. Auch wenn du es abstreitest. Es zeigt, wer und was du bist. Beweist, was hier geschehen ist. Du hast durch deinen Weg die Kluft am Leben gehalten. Sie ist aufgrund deiner Taten gewachsen. Siedler. Lager. Die alte Weltstadt füllt sich. Chance auf eine neue Nation. Einen neuen Anfang. Eine neue Denkweise. Hättest der Mojave neues Leben geben können. Eine Brücke zwischen Ost und West schlagen. Aber nicht mit etwas aus der alten Welt. Mit etwas von dir. Nicht mehr. Hätte einer existiert, hätte ihn der zweiköpfige Bär für sich beansprucht. Was er versucht hat. RNK hat den Wert deines Weges erkannt. Hat Anspruch erhoben. Ob erwünscht oder unerwünscht. Wie überall in der Mojave. Und wo der Bär versucht, am Leben festzuhalten, kommt die Legion. Mit Nachrichten. Einige wurden durch Klingen überbracht. Andere durch Kuriere. Du wusstest, was kommt. Und ich weiß auch, was dir bevorsteht. Dieses Mal trägst du die Last. Geh Richtung Westen in die Sonne. Und geh weiter, bis sie untergeht. Dort werde ich auf dich warten. Okay, ja. Und ich weiß, was ich nicht mehr. Oh oh. Oh. I'm the Masa... ...Rati. Oh come on. Ah. Ah. Oh, ein Stimpeg. Ein Stimpeg. Oh, wie ein Stimpeg. Achso, da Britta. Blendgranate. Wofür auch immer ich Blendgranaten brauche. Ich weiß es nicht. Ich schlaf eine Stunde. Eine Stunde vielleicht. Ja, dann... Genau, dann sind wir nämlich ein bisschen wieder... ...bisschen wieder... ...sieh doch gut aus. Stimme. Finde ich. Na tot. Warte. Gib dir noch was zum Tragen. Ich gebe dir was zu tragen. Oh ja. Ja, nicht alle. Ein paar, ne? Sprengstoff vielleicht jetzt auch nicht. Dienstgewehr. Dynamit. Äh, ja. Jetzt. Schadenresistenz. Schadenresistenz. Mensch, fress ich gleich selber. Äääh, æm. Jöh. Schäfischezigaretten brauche ich jetzt auch grad nicht. Schmutziges Wasser auch nicht. Äähm... Pfff. Todes 시간 klaue. Brauche ich auch grad nicht. Vorkriegsgeld. Das wüsste ich dir jetzt gar nix. jetzt stein wunderkleber noch nicht so was auch immer eine turnister ladung ist wir haben sie nicht das ist denn ich sehe da nix wieder mal eben hier einmal ein bisschen schlangen zu ist es mich doch mal eben hier so ein bisschen plünder in ruhe so mal ein bisschen gucken das war hier irgendwo ich hab doch gar nicht mehr gedrückt mann toll danke was hast du mir ach so ja ja das ist gut das gut neben mir altmetall jetzt nicht bier auch nicht flammenbrennstoff klebeband laser pistole ledergürtel bringt überhaupt nix power faust auch nicht raketen schmutziges bist ist das ps sind 18 schaden von 40 großes versenktes buch auch nicht die bringen wir auch nix plasmagranaten die bräuchte ich jetzt auch nicht vielleicht unbedingt ruhiger hand der röseli ist nicht schlecht und hat gewähr vor kriegsgeld und wir sind aber zu mir am ende schütte marx verlassen abbrechen die transaktion du sollst mir mal eben meine ganzen klamotten ja ich bin gleich so weit von voll sie sind überlastet ja weiß ich so jetzt gucken wir mal ganz unten am besten fangen wir an verwitterte pistole schaden 20 wunderkleber weg vor kriegsgeld weg dem pack eins haben wir noch split amin schmutziges wasser schachtelzigaretten von weg roter schein kann ich weg der bleibt psychoplasma gewehr jetzt mal granaten die können weg ich weiß nicht was ich damit soll nägel kommen weg menschenfleisch können weg soja das wird ein bisschen kaufen und verkaufen hier kreuzschlüssel klünge des westens was macht die denn 105 sbs schaden 50 müssen wir uns gleich mal schaden 50 was macht die andere die wir haben schaden 35 ich behalte die andere trotzdem mal klingen des westens jetzt 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 oder gar nicht ha 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 nagelschießgewehr des brutes da haben wir zwei von die brauchen wir aber auch gar nicht ehrlich gesagt gesenktes buch granatgewehr schaden 45 kann weg finanzbrett elektroschrott dienstgewehr lass mal gucken das war schaden 15 kann schaden 22 kann auch weg weil das haben wir nichts mehr von sherry bomb cocktail so jetzt würde ich gerne 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 so ein bisschen munition kaufen hat dort Magnum Hohlspitzgeschosse Spitzgeschoss Brand, was auch immer Brand ist Ich hab manchmal Brand Panzerbrechend Auch das klingt nie falsch Auch diese Ich weiß nicht, welche wir brauchen, aber Es kann aber nie schaden, meiner Meinung nach Atemmaske Glaub ich auch nicht Boden, Schweißgerät, Bui, Messer Nee, das brauche ich überhaupt nicht Gecko-Ei Kann man essen, ja Man muss abonniert das Buch Das will ich nicht essen Kaffeetasse kann ich Nichts mit anfangen Kärnspaltungsrepläne Sehe ich nicht Munitionskiste Nägel, Powerfast, Raketen Raketen können wir eigentlich gebrauchen Soll ich jetzt einfach mal Test es mal Raketen entzündbar Das klingt noch schöner Shit Jetzt haben wir wieder drauf Gleich im Deckel Äh, puh Äh, ich dachte wir hätten jetzt mehr verkauft Auch nicht wirklich, oder? Wir haben nicht wirklich viel mehr verkauft Ich muss hier ein bisschen aufräumen eher Was die Gewichte angeht Schaden 16 Schaden 22 Tut mir leid Ich muss ja hier irgendwo mal langsam Äh, 44 Schaden 21 Was hatte ich da gerade? 22 Hohlspitzgeschoss So, äh, Pistole 10 Millimeter Muss weg Schaden 27 Wo war das jetzt gerade? Schaden 20 Weg damit Wurde Wo ist wohl die? Dann Kagels muss weg Was soll ich damit? Hohlspitz Jo, jo Arzttasche Jo, brauchen wir auf jeden Fall Glendgranate Ich weiß nicht, ob wir die brauchen Unbedingt Sprengstoff Jo, kann nie schaden eigentlich, ne? Aber komm weg damit Dynamit mit langer Lunte Dynamit generell Ja, es ist Kiko-Ei Das haben wir vorhin noch gekauft, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht Komm weg damit, weil, äh Ich glaube nicht, dass wir das hier in kürzester Zeit irgendwas finden dazu Ne MRE haben wir noch So Waffen Kleidung Hilfsmittel Naja gut Wir akzeptieren jetzt mal mit A Jo Aha So Und dann können wir vielleicht mal Ja, ein bisschen Gewicht haben wir verloren Alles gut Ah Ja, Mist, ne? Mist Mist Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Wollt ihr gedacht? Ich hoffe, er trifft uns jetzt nicht. Ich will dir jetzt auch mal helfen können, mein Freund. Achso. Äh, rocken. Terpentine. Terpentine. Warte mal. Ich möchte noch ein bisschen Spaß haben, ja? Ich möchte noch ein bisschen Spaß haben mit dem Ding. Wiesen das Ding jetzt. Laserzimmer, genau. Geh doch mal weg. Guck. Du-du-du-du-du-du... Du-du-du-du, du-du... du-lull-du-du-du... Man weiß ja nie, ne? Was ist denn irgendwo da hin? Aber das weiß ich noch nicht so. Man weiß es ja noch nicht so genau. Naja, auf jeden Fall, Freunde. Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Ja. So würde ich es jetzt benennen. Wir sehen uns das nächste Mal. Auf jeden Fall. Ciao mit V.